Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Gründlich Erklärt. Welche Formen hat der Demonstrativbegleiter Si und wofür wird er gebraucht? Die Antworten auf diese Fragen gebe ich dir in diesem Video. Mit der kleinen Übungsaufgabe am Ende des Videos kannst du außerdem deinen Lernerfolg sichern. Stell dir vor, eine Frau schreit, c'est ce chien, es ist dieser Hund und zeigt in deine Richtung. Zittere nicht, ich habe gesagt, stell dir vor. Zu deiner Erleichterung bemerkst du, dass sie auf diese Katze neben dir zeigt, die genauso verwirrt zu sein scheint. Und damit hast du schon die wesentliche Funktion des Demonstrativbegleiters Si kennengelernt. Das Wort Demonstrare kommt nämlich aus dem Lateinischen und bedeutet zeigen. Mit dem Demonstrativbegleiter kannst du also sprachlich auf eine Person oder Sache in der Nähe zeigen. In dem vorliegenden Beispiel zeigt die Frau regelrecht mit dem Finger auf die Katze und bezeichnet sie als Hund. Mit dem Si meint sie aber nicht irgendeinen Hund, sondern genau den Hund, auf den sie zeigt. Dies ist besonders dann wichtig, wenn sich mehrere Hunde in der Nähe befinden. Der Demonstrativbegleiter richtet sich dabei in Genus und Numerus, also in Geschlecht und Zahl, nach dem Nomen, das er begleitet, bzw. vor dem er steht. In unserem Beispiel haben wir le Chien. Chien ist männlich und steht im Singular. Deswegen heißt es ce Chien, dieser Hund. Schauen wir uns die restlichen Formen an. Diese sind ce und z mit einem t für das männliche Geschlecht und z mit doppelt t und e für das weibliche. Für den Plural gibt es c, c-e-s. Ich habe dir die Formen hier in einer schönen Tabelle zusammengefasst. Aufpassen solltest du auf die zwei männlichen Formen. Es heißt im Männlichen zwar ce Garçon, aber wenn ein Wort mit Vokal oder H muet, also stummem H beginnt, dann heißt es cetami mit einem t am Ende von ce. Dadurch kannst du es flüssiger aussprechen und es hört sich schöner an. Im Plural haben wir entsprechend ce Garçon und cesami. Bei weiblich Singular haben wir nur eine Form, cet mit doppelt t und e. Da ist es egal, ob das Wort mit Vokal oder H muet beginnt, es kommt immer nur diese Form. Beispiel cetfille bzw. cetami. Im weiblichen Plural benutzen wir auch ce wie beim männlichen Plural, also c-fille bzw. cesami. Festigen wir diese Formen doch mit einigen Beispielsätzen. Es ist ein kurzer Dialog, den ich schnell vorlese. Je voudrais achter ce pantalon vert. Ich möchte diese grüne Hose kaufen. Regarde, cette robe est plus jolie. Et ça va avec ses chaussures bleues. Schau mal, dieses Kleid ist sehr schön und es passt auch zu diesen blauen Schuhen. Ouais, mais je vais porter cet anorak gris avec le pantalon. Ja, aber ich werde diese graue Winterjacke zu der Hose tragen. Hier haben wir le pantalon, männlich Singular, also kommt ce. Cette robe ist weiblich Singular und ces chaussures steht im Plural. Anorak hingegen ist männlich Singular, beginnt aber mit einem Vokal, weswegen wir cet mit einem t einsetzen. Du möchtest das Ganze mal selber versuchen? Hier sind zwei kleine Übungsaufgaben für dich. Du darfst das Video gerne pausieren und dir dann die Ergebnisse anschauen. Viel Erfolg! Du bist bereit? Hier sind die Ergebnisse. Bei der ersten Aufgabe gab es drei richtige und drei falsche Formen. Table ist weiblich und Pantalon und Ordinateur sind männlich, wobei Ordinateur mit einem Vokal beginnt. Bei der zweiten Aufgabe sollte auch alles nachvollziehbar sein, deswegen werde ich nicht alles vorlesen. Du solltest besonders bei cet homme und cet après midi achtgeben, weil diese Wörter männlich sind, im Singular stehen und mit einem Vokal beginnen. Wenn du Fragen hast, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben. Das war's dann von mir. Ich verlinke hier irgendwo das Video zum Fragepronomen Kel für dich. Schau auch mal da rein. Ansonsten sehen bzw. hören wir uns wieder. A la prochaine!